Wisst ihr, von was der kleine elfjährige Elham damals immer geträumt hat? Ich wollte nur eine Sache, nur eine Sache! Du bist ein Zauberer, Elham. Leider bin ich aber ein stinknormaler Muggel, der nicht zaubern kann und glaubt mir, ich hab's probiert. Accio-Controller! Ingardium Leviosa! It's Leviosa, not Leviosa! Engordium! Also blieb mir nur eine andere Möglichkeit, in die magische Welt von Harry Potter einzutauchen. Im Gaming. Die Geschichte der Potter-Spiele, der Harry Games, ist voller Hits und Misses. Und weil gerade Quidditch als Game erschienen ist, dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit und bespreche diese Geschichte mit euch und versuche dabei, so viele Harry Potter-Memes wie es nur geht, in dieses Video zu packen. Natürlich nur, wenn sie einfallen und ins Video passen. Also, lasst uns starten, Challenge accepted. Und wir beginnen unsere Reise im Jahr 2001. Während man heute bei der Grafik von 2001 gucken mag, wie Ron als er realisiert, dass der Hogwarts-Express ihn gleich überfährt und nicht gebürtig reagiert mit WOOOOOW! waren die ersten Spiele auch direkt mein erster Berührungspunkt mit dem Gaming-Franchise Harry Potter. Die ersten Games im Harry Potter-Universum erschienen ungefähr zeitgleich mit den ersten Verfilmungen, um die wachsende Popularität der Marke einzuheimsen. Immerhin war Harry Potter eine echte Schatzgrube. Nicht nur Harry Potter and the Philosopher's Stone und Harry Potter and the Chamber of Secrets erschienen 2001 und 2002, sondern auch Lego-Creator Harry Potter und Lego-Creator Harry Potter and the Chamber of Secrets. Ja, Lego-Games gibt es schon so lange. Das erste Harry Potter-Spiel erschien für die Playstation, Kammer des Schreckens dann für Playstation, Playstation 2, Xbox und Gamecube. Trotz der eher mäßigen Reviews für das erste Spiel verkaufte sich Teil 1 insgesamt über 11 Millionen Mal. Was für ein Spiel damals echt stark war und auch lange ungeschlagen bleiben sollte für Harry Potter-Games. 2003 folgte dann erstmals Quidditch. Quidditch ist nicht schwer zu verstehen. Jedes Team hat sieben Spieler. Drei Jäger, einen Hüter, zwei Treiber und den Sucher. Das bist du. In Harry Potter Quidditch World Cup dürft ihr für eines der vier Häuser, Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin und das mit den Statisten, das Quidditch-Turnier spielen, wobei jeder weiß, welches Haus das beste ist. Auch wenn das Gameplay heute rudimentär wirken mag, gab es hier Wertungen im 70%-Bereich. Jedoch war Quidditch World Cup wohl so nischig, dass es die geringsten Verkaufszahlen bis zu diesem Zeitpunkt erreichte. Auch die Folgejahre mit Prison of Azkaban oder Goblet of Fire konnten nicht wirklich abheben. Mit nur etwa 2 Millionen verkauften Einheiten im Gegensatz zu den über 11 und über 7 Millionen für Teil 1 und Teil 2 wirkte es so, als wäre das Gaming-Harry-Potter-Franchise auf denselben Weg wie Cedric Diggory. Mit den nächsten Teilen, also Orden des Phönix im Jahr 2007, Halbblutprinz 2009, Heiligtümer des Todes Part 1 2010 und Part 2 2011, konnte der Erfolg nicht weitergetragen werden. Die sinkenden Verkaufszahlen und Wertungen beweisten, dass das Gameplay einfach zu langweilig war. Es wirkte so, als könnte kein Studio den Besuch in Halgort School of Witchcraft and Wizardry wirklich spannend gestalten. Die Lego-Spiele in derselben Zeit, also Lego Harry Potter Years 1 to 4 und Lego Harry Potter Years 5 to 7, verkauften sich häufiger als die Mainline-Spiele, was schon wirklich ein Indiz für das fallende Interesse der Games war. Also wurde es lange Zeit still, bis ein Spiel angekündigt wurde, dass alles ändern sollte. Der vermeintliche Auserwählte. Aber ich bin der Auserwählte. Hogwarts Legacy stellte mit 24 Millionen verkauften Einheiten den Bestseller unter den Spielen der Harry Potter-Marke dar. Und das zu Recht. Endlich mal ein Spiel, bei dem man Hogwarts besuchen, Zauber lernen kann und erlebt, wie es ist, ein Schüler zu sein in dieser magischen Welt. Trotz des Aufrufs zum Boykott aufgrund diverser Aussagen Rawlings, die für viele Menschen wie ein Schlag ins Gesicht waren, verkaufte sich das Spiel wie der Wahnsinn und veranlasste Warner Bros. direkt dazu, ein Sequel zu planen. Die würden allerdings nie was machen, was den Erfolg des Spiels als Singleplayer-RPG ruinieren würde, oder? Die Möglichkeit eines Live-Service-Hogwarts Legacy löst in mir nur Angst, Potter. Das wäre fast zu dumm, wie als Lucius Malfoy den verdammten Avada-Kedavra-Fluch auslösen will, im zweiten Teil direkt vor Dumbledores Büro. Habt ihr das schon mal realisiert? Und nun ist mit Harry Potter Quidditch Champions ein neues Spiel erschienen, das wir gestern im Stream sogar schon zusammen erleben durften. Wie die meisten Spiele zu filmen in den 2000ern waren aber auch die Harry Potter Games geprägt durch ihre Mittelmäßigkeit. Es wurde lediglich über die Macht der Marke einiges verkauft und wir Kids von damals sehen jetzt so aus. Unsere Rücken fühlen sich so an und wollen nur einen Satz hören. Du bist ein Zauberer? Es scheint so, als hätte Hogwarts Legacy diesen Fluch gebrochen, wenn es nicht wieder ruiniert wird. Aber wie ist denn eure Erfahrung mit Potter Games? Und in welchem Haus seht ihr euch? Schreibt es in die Kommentare, denn das war unser Kurzüberblick zu Harry Potter Games und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, denn damit könnt ihr mich supporten und wir sehen uns auch wieder. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und natürlich 10 Punkte für Gryffindor.